Herzlich willkommen zu den Steuernachrichten. Verlustabzug bei den Kapitalgesellschaften nach § 8c Satz 1 Kreis DG, jetzt § 8c Absatz 1 Satz 1 Kreis DG, ist mit dem Grundgesetz Artikel 3 Absatz 1 unvereinbar. Der Gesetzgeber muss bis zum 31.12.2018 rückwirkend für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2015 eine Neuregelung finden. Für Sie in der Praxis bedeutet das, prüfen Sie die Bestandskraft Ihrer Fälle, achten Sie auf die Festsetzungsverjährung und halten Sie die Fälle offen. Der BfH bestätigt in seinem aktuellen Urteil vom 08.12.2016 die gewerbesteuerliche Hinzurechnung. Nach § 8 Nr. 1 E Gewerbesteuergesetz bei kurzfristigen Mietverhältnissen. Nun zwei aktuelle BfH-Urteile. Das Thema ist die Abschreibung beim Erwerb von Vertragsarztpraxen. Zum ersten Urteil. Beim ersten Urteil wird die Vertragsarztpraxis inklusive aller materieller und immaterieller Wirtschaftsgüter erworben, sozusagen als Chancenpaket. In diesem Chancenpaket enthalten ist auch die Vertragsarztzulassung. Es handelt sich dabei um ein immaterielles Wirtschaftsgut, das in dem Fall, weil es untrennbar vom Praxiswert ist, auch abschreibbar ist. Wohin gehend beim zweiten Urteil nur die Vertragsarztzulassung erworben wird. Der BfH verneint hier die Abschreibung. Er sagt, das ist ein immaterielles Wirtschaftsgut, das nicht abschreibbar ist, weil es keinem Werteverzehr unterliegt. Achten Sie bitte in der Praxis darauf, was erworben wird. Das Chancenpaket inklusive der Vertragsarztzulassung oder nur die reine Vertragsarztzulassung. Veräußerung von GmbH-Einteilen. Wurde der Kaufvertrag wegen Nichterfüllung rückabgewickelt, so liegt ein materiell rückwirkendes Ereignis vor, und zwar auf dem Veräußerungszeitpunkt, so der BfH. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Weitere Informationen zu all unseren Themen finden Sie auf haas-wir-steuern.de-aktuelles. Vielen Dank.